Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. MXP Homeless MXP trat in der Vergangenheit vor allem als Produzent, aber auch als Mitglied bei den Gruppen Dick und Doof und Zombies in Erscheinung. Jetzt steht das neueste Soloalbum des Hannoveraners an. Homeless kommt mit 16 Tracks, Features kommen unter anderem von Donatello und Tamasch. Das Release kommt über Walk This Way Records und erscheint als Box. Sadi Chant XO Planet Im Mai 2015 erschien mit Mintgold das letzte Album von Sadi Chant. Nun kommt mit XO Planet das dritte Soloalbum des Berliners. Die Tracklist und die Features wurden bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Das Album kommt über Bombenprodukt und erscheint als CD und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao.